Gleich weiter zum Coping. Mein Parade-Coping ist die gesamte Rüstung, bestehend üblicherweise aus neun Teilen. Da gibt es dann auch noch einen Begriff, der heißt Stimming oder Stimming, also so wie Stimme, Stimming. Das heißt, Leute haben zum Beispiel irgendwelche Bandeln am Handgelenk und spielen damit rum. Also idealerweise sind das Gummibandeln, wo man so schnalzen kann und die dann eine Empfindung am Arm erzeugen, damit man einfach abgelenkt ist. Natürlich ist auch das übliche Borderline-Ritzen eine Stimming-Möglichkeit. Wir machen heute primär Begriffsklärungen. Dann eines meiner, ja, Misophonie ist auch ein, wie soll man sagen, das ist etwas, das entstanden ist. Das ist primär als Angst eigentlich entstanden und das ist bei mir Jahrzehnte alt. Hätte man mich einfach nur in Ruhe werken lassen und nicht diese Schlangengruben über mich gegossen, wäre mit dem zu leben gewesen. Aber unter der Bedingung Rüstung und das heißt primär, es führt zu einer artifiziellen Schwerhörigkeit, die ich schon öfters erwähnt habe. Ich habe mich ja in früheren Episoden als dissoziiert kooperativ bezeichnet. Das heißt, da wo ich kooperieren muss in Zusammenhang mit Polizei, Mitmenschen diverser Art, versuche ich zumindest so weit mitzutun, wie es gesellschaftlich unbedingt notwendig ist. Aber das geht sich für einen Arbeitsplatz, an dem ich gemobbt werde, definitiv nimmer aus. Ja, aber neben dissoziiert kooperativ bin ich auch und vor allem akustisch dissoziiert, weil das ist der wichtigste und für mich eigentlich empfindsamste Sinn, dass sogenannte Trigger, weitere Begriffsklärung, auf mich akustisch zukommen können. Wie gesagt, Beispiel, ich schaue mir irgendein Video an und irgendeine Dame drin ist einfach nur was und sie raschelt mit dem Papiersackl und ich muss es abdrehen. Oder ich höre im Radio einen wahnsinnig wichtigen, interessanten Beitrag, zum Beispiel über Russland, zum Beispiel über die Diaspora, aber die Dame, die spricht, hat eine totale Mädelstimme und flötet noch so richtig und dann lacht sie vielleicht dazwischen auch noch, da muss ich abdrehen. Lachen, Erkältungsgarage jeglicher Art, das sind Niesen, Schnäuzen, Husten, aber auch Reuspersucht, geht alles nicht. Das heißt, wenn ich mich draußen unbedingt bewegen muss, und das muss ich leider, weil ich keine Ersatzperson habe, die Wege für mich erledigt, bin ich akustisch dissoziiert. Ich bin dann taub. Man darf mich nicht anreden. Man darf mich schon gar nicht anflüstern. Wenn man mich anredet, wird man keine Antwort kriegen. Damit sind wir fertig. Es war ein bisschen schnell gesprochen, aber ich bin froh, dass ich jetzt endlich alles untergebracht habe. Danke. Danke.